meine freunde nach gut und gern vielen folgen muss ich wieder mit euch sprechen ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten tag einen schönen abend oder was auch immer oder wann auch immer ihr die folge schaut wir kommen zurück so weiss auf der anderen ja wisst was in den letzten folgen passiert ist wie es mir persönlich auch geht der band der hat irgendwas mit mir angestellt ich weiß nicht was aber ich habe doch die kontrolle geht weg ich habe schon ich habe schon für machte schon einiges vorbereitet das quick no night sort die quick no night chest blade leggins und boots damit dagegen die feuerattacken geschützt ist aber das reicht nicht ich muss mehr sachen sammeln wir müssen wenn bald entgegentreten und vernichten aber dafür brauchen wir mehr sachen vielleicht so wieder eine hand hand kann persönlich bin ich erstaunt wie gut dass hier alles verschwinde dort hier keine macht aber klar doch nein habe sie da wo ich sie brauch was machst du hier was willst du hier bin ich suche dich und matze was willst du von uns war schon öfters aber ihr wart ja nicht da habt ihr vielleicht vorbeigeschaut was 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 gemacht vorbeigeschaut ja ich habe ich habe die zerstörung von dir gesehen welche zerstörung die zerstörung mit den kometen den asteroiden ich weiß dass du es warst weiß es ganz genau wer soll es sonst gewesen sein weiß ich noch nicht okay ganz ehrlich du warst ja ich war das kommen erzähl was willst du hier das willst du von uns wo ist matze matze ist gerade nicht da du wirst ihn nicht kriegen du musst mit mir vorlieb nehmen verschwinde warte mach ich habe ich es war eine schwache waffe mich zu besiegen zu wollen was willst du von mir Oder eher, was hast du mit mir gemacht? Weißt du doch ganz genau. Nein, das weiß ich nicht. Ach. Das weiß ich nicht. Bleib mir weg. Habt ihr damals deinen Willen genommen und ich kann ihn dir jederzeit wieder... Ich korsche dir nicht. Nie mehr. Er sterbe ich. Jetzt siehört... Das lässt sich doch einrichten. Verschwinde. Verschwinde! Lächerlich. Siehst du, du hast keine Macht. Ich könnte dich kürzester Zeit zerstören. Du bist weg. Matze wäre dann auch ganz alleine und du bist tot. Und er wäre dann auch... Mir nichts. Mir nichts. Gut. Die ist so alles... Hab ich mal nur bei seinem Fortschritt mit der Technik. Die ist so, dass du alles egal. Was? Wie? Dir ist so oder so alles egal. Wie alles egal? Was meinst du damit? Dir ist der Untergang der Welt egal. Matze und ich wollen fliehen. Und du? Was willst du? Du wirst hierbleiben. Und du hast einfach nur Angst. Du wärst alleine. Deshalb wirst du uns haben. Als... Deine Freunde bestimmt, oder? Hä? So einfach ist es, oder? So einfach ist es. Ganz ehrlich. Du, weil ich keine hatte. Was kann ich denn dafür, dass ich hier alleine lebe? Ich wusste es. Er hat selbst Angst. Er hat eine Schwäche. Die Einsamkeit von ihm ist seine Schwäche. Jetzt können wir ihn besiegen. Ich weiß, dass du noch in der Nähe bist, Ben. Hörst du mich? Vielleicht. Erklär mir mal eins, bitte. Ich sehe dich da hinten. Erklär mir bitte eins. Du weißt, dass ich vorhin mit Matze am zerstörten Haus von Matze war. Wieso habe ich dort als erstes Mal wieder Schmerzen bekommen? Wegen meiner Macht. Ich war da. Und... Deswegen habe ich da auch Macht. Und du stehst unter meiner Macht. Und diese Schmerzen sind einfach nur da, weil ich mich weigere, oder was? Ja. Das ist ganz einfach und irgendwann wird dein Wille gebrochen. Du. Mein Wille ist stärker als deine Macht. Das werden wir sehen. Ja. Vielleicht solltest du ja erstmal in die richtige Richtung sehen. Im Wille. Ich stärker als du. Und wird das auch jemals sein. Verschwinde. Du hast hier keine Macht. Natürlich. Weißt du was? Als ihr hier angekommen seid, hat das hier ganz anders ausgesehen. Da ungefähr ist ein Fluss lang gelaufen. Weißt du warum? Auch hier habe ich die Meteoriten fallen lassen. Aber wieso? Na, wobei. Ich... Ah, ich weiß. Wieso. Ich habe außerdem... Diesen Wald hier. Den hast du bestimmt vorher noch nicht gesehen. Nein. Bevor ihr hier ankommt, war der noch nicht da. Alleine diese Bäume hier geben mir schon Macht in diesem Gebiet. Weil sie einzig und allein von mir gezüchtet sind. Kannst meine Macht nicht hinkommen. Überall wo ihr hier hingeht, wird meine Macht. Ach, ich werde aber dich vernichten. Ich werde dich besiegen. Wie willst du denn das machen? Du sollst schon sehen, verschwinde am besten. Verschwinde von hier. Geh. Wir werden uns wiedersehen. Betonung auf. Du wirst uns wiedersehen. Was soll denn das heißen? Denn du bist allein. Mats und ich sind zu zweit. Ihr traut euch niemals in meiner Nähe, solange ich auch dabei bin. An dem Haus war ich vielleicht gerade nicht so aktiv, aber... Pass auf. Wenn ich wirklich... Weiß ja gar nicht, was meine Macht dich noch empfassern kann. Denkst du, es wird so leicht sein, zu mir reinzukommen? Aber ich kann auch ganz schnell einfach alles absichern. Du wirst nicht mehr durchkommen. Ohne dass ich euch bemerke. Und ein Überraschungsangriff wäre eigentlich das effektivste, aber das könnt ihr dann nicht mehr machen. Du wirst schon sehen, wir werden dich besiegen. So viele Schmerzen, wie du jetzt schon gespürt hast, ist das noch gar nichts. Wenn du erst in das Zentrum von meiner Macht zurückkehrst, dann wirst du ja schon sehen. Das werden wir sehen. Wir werden dich besiegen. Oder dein ängstliches Ich. Ich habe kein ängstliches Ich. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ich muss Matze von der Schwäche erzählen. Ich hoffe, dass er bald wiederkommt. Und ich darf nicht fallen. Liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiederkommt.